Wenn ich nur den Geist bekomme, um da drüben zu schauen... Was war das? Schau da! Schau meine Dagger. Es sieht aus, wie du es weißt. Wer ist dieser Mann? Warum hilft er mir? Oder wenn er jetzt einfach immer die falsche Startstunde... Hmm... Was ist das? Wenn ich nur den Geist bekomme, um da drüben zu schauen... Wo bist du? Eine von den Geistungen, die du verletztest. Ich glaube, es ist eine von den Geistungen. Schau. Schau. Ich hoffe, dass jemand sie finden. Gut. Ich muss hier rauskommen. Schau, was mit mir passiert ist. Da komme ich nicht so fähig, weil es hoch... Ja, das war jetzt blöd, also... Boah, ist sie nur... Was ist jemand da? Es... Ist zwar schade, aber kann ich mich leider nicht ändern. Jetzt würde es mit der vollen Punktzeit etwas schwierig werden. Na ja, gut. Was ist das? Enough of this foolishness. Was war das? Huh? So. Hm. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich, ich, ich... Ich töte dich. Nein, ich... Oh, geil. Boah. will ich vielleicht까요? aws, weisen dich hier. Ich wusste nicht, dass ich das könnte. Was war das? Es ist anyway. Ah, so kommt er auch. Okay, gut. Wie? Nein, das habe ich nicht gesehen. Oh, nein. Es gibt doch zwei, ich will es so lange ruhig, weil ihr das rausfinden wollt, aber... Ich wusste nicht, dass ich das tun könnte. Was war das? Der hat den Senso. Hm. Schau mit der. So, dann können wir nicht da wieder rüber. Klack, 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 klack. Huh, das war knapp. So, Dana, wenn der da vorbei ist. Darüber. Nein, da unten. Dann da hoch. Dann können wir wahrscheinlich da oben entlanglaufen. Oh, oh. Wie weit läuft der? Der kann genau bis dahin schauen. So, dann warten wir mal wieder hier. Das ist mal zu risky. Wie weit läuft der nach vorne? Nee, ich will mal ganz klar abschätzen, Mann. Boah, das war knapp. Huh, 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 huh. Eine Millisekunde später und der hätte uns entdeckt. Ich fühle mich so stark. Oh. Aber anscheinend sind wir jetzt gerade wirklich in der Kanalisation unterwegs. Unter dem Zahnpalast. Oh, okay. Oh. Ähm. Ja, ich habe nichts gefunden. Okay. Dankeschön, dass ich da weg bin. Jetzt, um diesen Mann zu finden. Und um ihn, um mich rauszukommen. Ah, das ist... Der schöne Trick, oder? Hä? Wo muss ich jetzt entlang? Ah, da muss ich entlang. Okay. Ich habe es fast zu sehen. Ah, stimmt. Da können wir noch ein Tuch. Wie weit schaut der Mann runter? Oh. Zwei gerade überlegen, was ich mache. Ah, war klar. Jetzt haben wir keine Punkte mehr. Nein, da hinten mehr. Rechts wäre in welchen Punkte gewesen. Naja. Ah, da mal auch. Ah. Okay, gut. Zumindest haben wir zur Rufseil. Das ist schon mal was. Das heißt also, wir dürfen jetzt erneut eine Person ausrutschen. Juhu. Das freut mich ja, tierisch. Wie komme ich da anüber? Okay. 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 So. Da war nichts. Nichts. Gut. Dann gehen wir weiter. Ja. Dann haben wir die Helix-Burz-Taube. Das Verständnis habe ich wieder ganz vergessen. Das haben wir bei India gehabt. Das hat jetzt gerade so aussehen, es wäre da unten irgendwas. Aber da habe ich mich wohl gehört. Systeme-Maschin-Gone. Ich habe keine Chance. Hier. Es ist mir, was du willst. Wie? Jetzt wird er wechseln? Ich muss ihn warten, um ihn zu erzeugen. Oh! Okay, gut. Ah, jetzt langsam. Ah, wir wechseln wir zwischen den. Das ist ja genial. Ich muss ihn warten, um ihn zu erzeugen. Ich sehe ihn. Hier! Er ist hier! Das ist zu nahe, um ihn zu erzeugen. Da! Ich sehe ihn! Nein, da bin ich nicht hochgekommen. Das sah gerade so aus, dass ich ihn da hochgehe. Okay, gut. Ich war zumindest ruhig. Ich sehe ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020